Im Kampf gegen die Ebola-Epidemie plant die Bundesregierung ein Sonderhilfsprogramm für Westafrika. Zusätzlich solle eine Weißhelm-Truppe aus Ärzten, Technikern und Experten ins Leben gerufen werden, sagte Entwicklungsminister Müller der Bild-Zeitung. Der Aufbau der Gesundheitssysteme und eine bessere Krisenreaktion sollen mit 200 Millionen Euro gefördert werden. Weltweit sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation mehr als 10.000 Menschen an Ebola gestorben.